Musik in meinen Ohren, ey. Ähm... Er ist irgendwas schön. I don't know. Stoliker spiel ich was anderes an. Ich glaub weißt, was gibt es. Das hört man auch gerne. So. Wollen wir wieder Orn first picken? Alter, ja, man. Der offen ist auf jeden Fall, oder? Der ist so broken. Was ist mit dir, Gucci? Bist du nicht da offen? Bitte? Ja, ich wäre kacke gewesen jetzt, weil wir jetzt noch einen zweiten Ersatz suchen müssten. Und der hat dich schon stark klar gemeldet, ne? Ja, trotzdem. Ich will auch zocken. Das finde ich einfach großartig. Muss ich ganz ehrlich auch mal sagen. Was war letzter Bann? Äh, Shaco. Richtig Respekt-Bann. Na, nach dem Game gestern, du? Ah, jetzt haben sie uns leider outbehaftet. Was machen wir jetzt? Rinder. Ja, worüber wir gehen? Wollen wir Thresh securen? Thresh und Jugger? Warum Thresh? Weißt du, ich bin doch gar nicht Thresh. Aber ich würde jetzt Thresh noch nicht so gut präsenten. Also gut gegen Orn. Wir müssen jetzt mal entscheiden, in ein paar Sekunden, ne? Was mit Jarvan jetzt einfach? War Atrox. Wie? Das ist natürlich der Flex hier. Wir wissen ja. Der Johnny, Atrox in Litte. Können wir Jugger picken jetzt? Ja, yes, yes. Ich kann... Ist wahrscheinlich... Einfach early game. Bisschen mehr Scaling. Ob zu... Ob zu... Vielleicht ein Jarvan? Siehst du das? Gragas ist gebarnt. Gragas ist gebarnt. Elis geht auch gut, wenn du... gut dabei bist. Da will ich's fallen. Wir divem top. Elis, da krieg ich immer Angst. Aber das ist okay. So. Ihr wollt'n on-dive'n? Moment mal. Easy, man. Ah, nur im early. Später dann nicht mehr. Ja. Der erst mit zwei Level. Dann ist vorbei. So lange halt nicht broken ist, ne? Und dann... Buff. Bis der Sun feiert. Sack. Das ist Jungle Talia. Jetzt kommt ein Pantheon. Spiel nebenbei komplett tops. Also gut, ich sehe uns auf der Senna Funnel Strategie. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh nein, alter. Billion. Watt, 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 watt. Okay. Klett ist aber auch nicht besser. Alles geklappt. Das ist on-dive'n. Du bist ja nur ekelhafte Champion, oder? On-dive'n wahrscheinlich. Spielen nur ekelhafte Sachen, oder? Watt, watt spielen wir mit Bodkutcher. Ich bin grad noch ein bisschen... Bisschen lost, muss ich sagen. Boah, ich könnte Braum zum Counter von On nehmen. Aber wie brauch ich eigentlich einen Gage? Ah, kann. Auch mit Leona oder so. Oder irgendwie sowas. Leona kann ich auch spielen. Mach Leona, mach Leona. Boah, Gott. Das ist der Draft aber sehr schlecht, Frank. Gargolze. Gargolze-Rush. Ich hätte Braum, also nicht gefunden, aber... Wieso, die werden diese Tate-Bunnen, die Senna? Joa, aber ich habe jetzt eine Option auf jeden Fall. Irgendwut nicht Standings. Was wollen wir bannen? Irgendwas für Botlane? Für Danivia. Das ist Danivia. Das ist schon on-mitte. Das ist wahrscheinlich. Ja. Die haben ja schon zwei Solo-Länder, ja. Bomber, Senna. Oder es wird wieder orn-sangelflinks hier. Fuck. Wollen wir das erstmal? Ja. Ich kann auch Miss Fortune spielen, aber es ist halt nicht so... Okay, ne. Wer meint. Wollen wir vielleicht den Braum bannen sogar? Glaubst du, der bringt denen jetzt irgendwas hinzukommen? Wär schon nervig für uns. Können auch überlegen. Ah, ne. Der Botlane spielt kein Pantheon. Ist egal, was sie gehen. Brobo, ich würde braum schwer finden als Snowflos. Ja, auf jeden Fall. Hast recht. Ja, ich überleg gerade... Ja. Also ich würde gerne... Achso. Ich muss ja gar nicht Glas packen. Heimerdinger wäre ja auch noch offen theoretisch. Ja, dann waren wir zu viel AP, glaube ich. Shit. Jaaaa... Das fand ich ganz unrecht. Was ist denn beim Estuary? Ja, habe ich auch überlegt. Kannst Senna gehen sonst, ne? Ah, es wird zu wenig Damage aller Ordn ist dann, I don't know. Ich glaube auch, dass sonst ein bisschen Damage fehlt, wenn ich Senna gehe. War das mit einer Vayne? Habe ich auch überlegt, um ehrlich zu sein. Really? Ich weiß nicht, von dir soll ich schlecht finden. Also... Also wenn ihr mir vertraut? Ich habe Vayne gespürt. Ich habe Vayne gespürt. Wenn ihr mir vertraut? Wollen wir dann erst mal Mitte picken oder jetzt Vayne? Du musst an dich vertrauen. Pick Vayne. Also eigentlich wäre mir zu besser. Ich finde Vayne hier legit cool, aber... Ich habe ja so lange Zeit und weiß nichts. Ob wir ja schon den Pick theoretisch fast nehmen. Doch, doch, doch. Ich weiß. Dann hätten wir jetzt ihr picken sollen. Bitte. Ja, ich weiß. Aber der Vayne-Call kommt vier Sekunden vor. Das erinnert ja auch ein bisschen meinen Pick, weißt du? Ich dachte die ganze Zeit an Cassio, aber ich glaube wir brauchen sie gar nicht. Aber der AD Carry wäre ja hart angepasst an dich. Bis jetzt auch. Ja, ist generell nicht die cleanste Pick-Bahn von uns. Guck, ob es Orn-Support ist. Könnte auch sein. Ist er weg, stimmt. Ist so gut, ja. Ich habe ja auch selber nicht mehr so viel... Ich spiele jetzt einfach Leona Mitte und spiele noch einen Enchanter-Support. Ich spiele einfach Vayne Mitte gegen Orn. Einfach jetzt noch den Lulu, Alter. Das wäre... Warte mal, Vayne Mitte gegen Orn wäre gar nicht so bad, oder? Das hat XL auch gespielt. Aber ja, gut. Also Micky würde halt Outplayed, aber... Ja, ja, mach ich aber nicht, ich bin ja nicht so dumm. Könnten wir es hier wirklich machen, ne? Das wäre tatsächlich gar nicht so dumm, glaube ich. Kaiser wäre jetzt zum Beispiel auch von... Also hat ja schlechte Match-Ups in Two Mages. Das wäre übel nice, oder? Wie ist Vayne into Galio? Das ist jetzt... Galio Top... äh, Galio, oder? Man hat Vayne into Galio gepickt. Das ist Galio Support, das ist Galio Support, ne? Ne, ich glaube es ist eher On-Support. Na, wir werden sehen in 20 Sekunden. Na, willst du irgendwas picken, was jetzt auch noch in... Also Syndra oder so, was vielleicht auch noch... Oder Cassio? Oder Six? War das mit nem Six? Six kann ich auch gehen. Aber Six macht hier nicht so viel Work, oder? Ich glaube nicht Six... Ich glaube Syndra oder Cassio? Gib mir Syndra, gib mir Syndra, bin ich mehr confident. Ich glaube, damit gewinnen wir die Bot. Eieieiei. Gehe ich TP? Warte erstmal, erstmal an die Frage, wo der Galio geht. Obwohl ich glaube einfach, dass N gegen beide besser ist, aber... Ja, außerdem ist ja... Wir swappen ja auch Spieler, ne? Die können ja auch Spieler swappen. Aber gehe ich für Bot den TP, ja, ne? Hm... Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, dass du TP brauchst für das Chapter. Ja, ich gehe TP. Ähm... Ich gehe ganz kurz Pinkel in uns. Vielleicht ist es bei Heal, Sola? Ich glaube schon, ja. Hör... Hör... Ich glaube... Guck... Ich glaube, ich kann die Botarde überrennen, Alter. Er mehr halt rein Böllern. Was? Er mehr halt in den Runen. Ja, ja. Oder HP hab ich auch überlegt. Ne, ja, ja. Für den Early Hexdrinker oder sowas gehen sogar gegen Thalia Ohren. Macht Ohren so viel Magic Damage? Alter. Der macht nur Magic Damage. Der macht richtig viel Damage. Wenn der dich halt einmal mit einem W oder einen Autotech rauskriegt... Nee, ich hab das Game gecastet. Das sah traurig aus, Alter. Let's go boys. Ich bin hier confident, muss ich sagen. Das gefällt mir. Ja. Ich auch. Teamfight wird vielleicht wieder ein bisschen schwer, aber... Guck, ob der mit Ignite spielt. Das ist ein Dreckiger Cheaser, okay. Nice. Äh, Clans of Kaisa. Spellbook Ohren. Ja, normal. Der wird doch bei 6 Level 7 auf die Gleitshoppen. Ja, ja. Da kann er mich dann auch von 100 auf 0 börsten. Wahrscheinlich, wenn du... Ja. Wenn du den eh noch in den Wehre oder sowas reinbüllerst, ja. Ach, ja. Ja, ich glaub Hextreme würde beim Bladesuit da sehr delayen. Ich kann nicht einen Negatron, äh, einen Null Magiemattel reinpacken. Ich würd wahrscheinlich auf Witch's End dann später gehen. Na, ich würd, äh... Also ich glaub Blade, Rageblade, Witch's End ist hier ziemlich gut. Witch's End ist, glaub ich, richtig gut, ja. Ja. Das, äh, ballert gut. Okay, let's go. Wollt ihr invaden? Ähm... Könnten wir machen. Damit wir Early Vision auf Taliyah kriegen. Das ist wichtig. Alright, äh, Botzeit rein. Ja, lass Botzeit rein, damit wir hier einen Ward rein kriegen. Dann haben wir schon mal ein bisschen... Dann lass über Botzeit auch rein, ne? Das ist geil. Ini hat einfach jetzt schon mehr geredet als Tim in allen Premier 2 Games zusammen. Oh, das ist ein bisschen trotzig, aber true. Äh, Loi. Ich steh'n geblieben bin. Ähm... Ja. Äh, Taliyah darf Early nicht snowballen, sonst ist es echt schwer im Erdigen. Wenn er Early Kills kriegt. Oh mein Gott. Oh mein Lord. Nene, nene, ich kill kein Gokun hier. Okay, passt. Flasht. Ja, mit der... Eben hab ich jetzt nicht geregnet, also da gegen die Wand Dings, Alter. Alles cool. Äh, der hat Dingsdums dabei, ne? Er flasht. Jetzt ist ja Early Bot gekommen. Ja, der hat ne Muskelkug dabei, also wenn er... Weißt du Topzeit irgendwie? Ja. Ich hab halt n delicious W-Start. Das schmeckt. Fürs Team. Hättest du ihn da nicht mit Q auch treffen können? Ja, ne, ne. Dann wär's sicher nicht geflasht. Ja, kann sein. Ich hätt' auch flash in können, aber weiß ich nicht. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Jo sofort, ich will nur Chat anmachen, weil ich den Time-Kanälen spill. Oh ja, das ist gut. Können wir auch machen. Ich hab Sweeper. Die könnten da drin stehen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Äh, ich hab halt... Also 1v2 verlieren wir. Ich hab halt kein Q. Ja. Äh, Kaiser hat Cleans. Pass einfach, ich warte. Willst du stacken einfach? Ja. Ja, aber raus noch rum. Alter. Also die haben geleasht. Ist der Diagolems? Ja. Ja. Gut. Amd statt Atro ist eigentlich noch nicht mehr. Interessant. Sehr gut. Dann kannst du nicht reinpushen, weil die wir Topseite spielen, Ali. Ja, aber ich werde der easy push. Der push jetzt schon. Ups. Ne, der On steht am Töt, der macht gar nichts. Wollen wir das pushen? Für zwei Jahre, ne? Ja. Aber wir... Die ist auf jeden Fall nicht zu meinem Blue gegangen. Johnny weg. Okay. 30 Sekunden oder so solltest du da fortfahren. Der hier. Äh, wir könnten... Ja. Ist so und so und sie noch ein bisschen... Ich versuch den geile bisschen zu poken, da kann man den Leiden. Ich weiß nicht genau, ich kann mir vorstellen, dass der Di ja dahinter steht, oder? Ne, äh, unwahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich gerade da. Das ist wahrscheinlich gerade da. Ja, ich bin ready. Können wir auch von River zu euch laufen, aber ich denke nicht. Das sollte safe sein. Ja. Ich glaube gegen... Ja, das schwindet super passiv. Ich würde es einfach... Inwäden. Also. Ach, jetzt passt. Ja, der hat auch gemacht. Die ist gerade hier. Die ist gerade hier. Ja. Probier mal hart pushen. Jo. Ich würd gern. Ich würd gern sie... Äh, ne. Ich schalte auf der Top-Seite-Krabe. Soll ich resetten? Für Amplify? Ja. Willst du was bringt? Ja, ein bisschen. Aber der Geile wird mich hier interropten, oder? Ah, ne. Der hat noch kein Q-Geskid wahrscheinlich. Schön. Schön solar. Einfach weiterpucken. Nice. Wir können den gleich da halten. Wir können den gleich da halten. Wenn du noch einen 2-Out-Attacks reinkriegst. Ich ruf auch mit dir zusammen. Ich komm auch. Ich kann jetzt halt die Wave auch freezen gerade. Ja, ja. Dann lass es einfach. Das spielt halt super safe. Du kannst die Wave nicht freezen. Freezen Watt? Ja, ich mein Slow push zu mir. Oder zumindest eine Halten hier. Die haben auch resetet, oder? Ne, haben sie nicht. Ne, ne. Du kannst die Watt clearen. Du kannst die Watt clearen. Jojo. Ich bin wieder bot. Verliert Top. Alles fine. Sehr schön. Lass das freezen, ne? Jo. Ich glaub die werden richtig freezen. Hier ist noch ein Watt. Ich geh nochmal. Ich geh die Warden. Geh die Warden und nehm seine Crocs. Jo. Das sollten wir aber vielleicht nicht freezen, ne? Ja, doch, doch, doch. Einfach weiter. Okay, okay. Aua. Salt. Ich nehm den Ken gleich. Kann nix machen. Jo. Ah, die müssen richtig viel hier unten. Ich bin auch super head. Die könnten move'n. Ja. Bin auch auf dem Weg. Ich hab, äh, ich hab ein bisschen Probleme mit Map-Berrandism. Also, wenn irgendwas passiert auf der Map, was Mittel beeinflussen können, sag's bescheid. Ich muss mich halt echt aufs Matchup konzentrieren. Also, ihr könnt eventuell von Top-Seite kommen, aber ich glaub sie ist besser. Äh, Botlane miss. Nehmen wir das Kennen raus. Das ist zu stark der Push. Geh nicht in die nächste Wall. Äh, der move's still. Der move's still. Der move's still. Hallo kommt vielleicht. Moment. Ja, ich bin 15 CS schon vorher. Ah, Botlane ist jetzt auf. Wir sind auch 15 erhält. Ja, wir können einfach nur für CS spielen. Weil die Spiele ist so passiv, ich kann nix ganken. Oh. Ich bin legit hinterm Tower. Ja. Ja, wir sind zum 30 CS gleich vorne, Alter. Wie gesagt, der wave hier. Holy moly. Oh. Ich tu die trotzdem mal aus. Geh ich sogar Mobis. Reset da kurz? Ja, ja. Du kannst Mobis rushen. Da können wir die Talier ficken zusammen. Ich brauche noch 200. Äh, lass dann direkt zusammen hier. Ich würde jetzt slow pushen und dann resetten für das Chapter mit dem großen Push. Kannst du gleich einmal mit mir in der Mitte auspushen? Ah, ja. Wenn der jetzt nicht TP't. Ich würde es noch in die nächste Wave bei uns lassen, Kutsche. Damit du auf jeden Fall 200 Golds hast. Jo. Ich kann den noch sharen und dann brauche ich nicht mehr so viel. Oh. Wo viel rein? Kann sein, dass die diese... Kann sein, dass die diese... Aber der Ornn ist noch nicht Level 6, oder? Ornn ist Mist. Ne, der ist noch nicht Level 6. Der Ornn hat sein TP aber gesaved. Ich glaube, du brauchst mich nicht. Ich brauche dich gar nicht, glaube ich. Hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall pushen. Ja, ich resette. Okay, dann pushen wir auch durch und resetten auch. Ja, ja. Ich nehme die Cover hier. Mag dir die gleich? Ornn hat noch TP, ne? Ornn ist jetzt auf 6. Ja, die Talia ist wahrscheinlich gerade hier. Ja, wir resetten ja schnell. Könnte aber auch Topseite bei mir im Jungle sein und dich ganken. Ich bin halt richtig, richtig fahre Headbot so. Hast du ein Gold... Hast du ein Gold, Johnny? Pinkbot? Ja, ja. Ich habe Gold dafür. Ich habe nämlich keins. Ja. Okay, wie spielen wir um Objectives? Was ist da unser Plan? Ja, wir spielen um den Drake gleich. Die können nicht all in, wenn du reintippelst. Ne, ne, ne. Nicht rein tippen. Ich würde hier nicht in die Brave tippen. Wir könnten den Drake einfach machen gleich mit unserer Pressure. Ornn ist Mist gerade. Aber, ey, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt verlierst du nicht mehr so viel. Ich würde hier gerne reinlaufen. Ich komme mit dir, ja. Ornn ist ein Mist immer noch. Kann sein, dass er nochmal Reset hat oder so. Da müsst ihr aber hinten raus dann über einen Try den Freeze unten brechen, ne? Ich kriege jetzt mit der Push-Kraft. Oh, ha, 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 tippe. Okay. Der ist so im Pink gerannt gerade. Der ist so im Pink gerannt gerade. Ja, ja. Mach Drake, 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 Drake. Der spielt zum ersten Mal. Der hat noch TP der On, der hat noch TP der On. Aber der kann auch Gold. Der ist fein. Der Pink hier. Ja, klar. Ja, klar. Ich mach den Out-Attack. Oh, oh shit. Oh, sorry. Hat Ollen geultet? Hab ich doch gerade gesagt. Ja, hat er. Das hab ich nicht gehört. Oder hörst du es auch? Ja, ich hab gerade Müll drauf geachtet. Alles Gute, spielt Vayne. Hier, 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 hier. Die Talir könnt ihr in meinem Top-Set-Jungle sein. Seid ready, um zu moveen. Ich könnte mit dir im Rift kommen, Ene, wenn du willst. Ja, kannst du mal. Ich kann das oben spielen. Die Wave crashed leicht. Solltest, glaub ich, die Erfahrung nehmen. Ja, gut. Ja, noch Bots. Das war nicht so zu viel. Ja, wenn ich Level 6 bekomme ich das machen. Lett immer noch Miss. Lett immer noch Miss. On ist jetzt low im Mitte gerade. Ja. Haben wir jetzt wieder Johnny, Achtung. Lett immer noch Miss. Lett immer noch Miss. Lett immer noch Miss. Talir an und abzuhren. War du hier? Lett ist immer noch Miss. Ich würde gerne freezen hier. Lett ist immer noch Miss. Ja. Kannst du's machen. Nichts machen. Ja, chill. Die wollen nicht gegen 500 pro. Immer noch Miss. Talir ist Bot-Side. Talir ist Bot-Side. Aber Klett meine ich. Ja. Die sind wieder Golems. Der wird irgendwo Ulti usen vielleicht. Der Ult hat er raus, oder? Klett? Äh, ja. Okay. Das. Also top. Ich werde... Ich würde gerne fighten, Kutscher, auf meinen 6. Jo, ich auch. Okay, dann fightet Bot und dann rotiert Top, wenn ihr den Fight gewinnt. Wenn wir den Heroid nehmen. Kann ich hier picken? Ich werde hier picken. Also ich kann auch roam, aber ich würde einfach weiter das 1 gegen 1 forsen. Ja, also wenn du 3 kamen, kriegst du das super gut für uns einfach. Die sind Base, die sind Base. Die werden für einen Swap gehen, denke ich. Wollen wir auch Swapen? Ne, ne, ne. Wir haben Level 6 jetzt. Ich dipp hier top. Oh shit. Kannst du ja vielleicht one shoten? Oh. Das war ein bisschen zu spät und... Ja, sag doch fast mein Junge. Was soll ich denn sagen? Muss man topside? Wollen wir sagen, Thalia ist top. Passiert, passiert, passiert. Aber ist cool, die war. Die werden jetzt für die Krabbe und für Harry vielleicht gehen. Auch mal topside. Muss man hier, muss man hier. Die Botline ist doch bot. Kommt hier rein, kommt hier rein. Ja, ich komme. Ich kann hier, ich kann hier, ich kann hier. Oh shit, so close. Ich bin da, ich würde damit nicht rechnen, oder? Wollen wir? Ich move auch. Ja, on hat ult, ne? On moved, on moved, on moved, on moved. Der hat auch keinen Flash. Der hat auch keinen Flash. Der hat auch keinen Flash. Good job. Der hat auch keinen Flash. Alter, wer hätte denn ne Mili-Skunde früher in den Busch reinkommen. Ja, das ist ein gut plus. Dann hätte ich ihn gekillt. Ist das. Nehmt Harald. Einfach farmen, wir sind mit Objective Advantage. Wir sind mit 67 wieder ult. Ohne hat keine Knife, der wird jetzt bestgehen. Ja, Talir ist hier. Du kannst die killen, du kannst hier. Oh shit, mein Gott. Kaiser kann cleanse. Den on TP, den on TP. Ja. Sag bis er will den Weg. Der hat kein Fleisch, wir können dann gleich auf die Aule hin. Kommst, Wayne? Ja, ich komm, ich komm. Rufen hier hoch. Galio will in der Ultrange kommen jetzt. Galio hier. Alter, meine Kokon sind ja... Da nicht. Wir müssen halt mal resetten, ich hab extrem viel Cache gerade. Ja, reset den einfach. Die hat kein Cleans, Kutscher. Ich weiß nicht, ob du da noch was machen willst. Die hat auch gleich resetten. Jo. Dragon 1,50. On move top gerade, zu dir. Recoil. Ja, ich hard push das. Recoil auch. Wir müssen unseren Herald nutzen, damit wir Advantage back kriegen. Wollen wir die nehmen, Mitte vielleicht? Ja, kommt drauf an. Wollen wir einen Play den unten nehmen? Am besten ist Mitte wahrscheinlich, wenn der zweieinhalb Player zählt oder so. Versuch noch einen Play zu holen, Sola. Ich komm Mitte und geb dir Cover. Aber wir können easily Counter ganken. Tali hat keinen Flash. Die werden vielleicht auf dich hier hart engagen. Johnny ist halt der Flash. Ich hab alles ab. Nee, du brauchst alles ab. Wir killen die einfach. Die gucken Bot, glaub ich. Ja, echt. Wir müssen noch Bot aufpassen. Ich kann hier wieder pinken. Mach schon. Komm zu dir. Ja, auf Mitte kurz. Nein, nein, nein. Oh. Nice Pok. Kommt hier rein. Ja, ich Pok. Klettlife Mitte. Klettlife Mitte. Ich komm, ich komm. Ich komm mit, ich zieh. Ich muss mit Johnny Bot gehen. Ja, ja, gib Bot. Ich hab ein bisschen viel gesoffen. Ich muss noch einen Play holen, einen Play holen. Und dann können wir heratieren. Ist er engaged? F*** du mal, ey. Was mach ich denn? So bad. Ich muss heratieren. Den Tau kriegen wir mit dem heratieren. Galio kann von hier kommen. Der hat ruhig ab. K4 auch engaged. Oh shit. Der kann ruhig. Der kann ruhig. Hier. Der kann ruhig. Der kann ruhig. Der kann ruhig. Einfach raus, einfach raus. Klettlife Mitte. Klettlife Mitte. Klettlife Mitte. Raus, 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 raus. Den Tower haben die fast bekommen. Ist okay. Sona, willst du die Botwave crashen? Ruhengehen? Kommst du da hin? Ja, die pushen wahrscheinlich Mitte sonst einfach, oder? Ne, ich kann ja Mitte rotieren. Ja, ich glaube, ich werde da einfach gecatcht. Jojo. Draco ziehen. Ja, warte. Ich geh hier gleich für Vision. Kann sein, dass du hier irgendwo klappen, oder? Ja. Nice. Wenn die für Drake gehen, krieg ich Mitte. Ja, geh einfach Mitte, geh einfach Mitte. Wir haben die Pressure. Die haben keine Ulti auf Ornn. Und die Tolly hat keinen Flash. Ich kann von hier rein, oder? Wir können hier crashen. Wir müssen hier rein crashen jetzt. Jo. Ich hab Ulti 15. Ich geh hier rüber, Ornn. Ich glaube, es ist Trap. Aber meint. Ich bin dran. Ah, go, go, go. Move, 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 move. Ich move, ich move, ich move. Kannst du Ornn? Ward, 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 nicht vergessen. Ich hab keinen, hab keinen, hab keinen. Ich hab keinen, hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab noch Stopwatch. Nice, 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 nice. Ich geh für Ornn, ich geh für Ornn. Okay, ich geh raus. Hier kommt ein Ult rein. Rein, rein, rein. Der, der hat ja noch keinen Flash, noch keinen Flash. Der hat keinen Mana, mein ich raus. Der hat auch keinen Flash noch. Nice, stark. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich bin Mitte zur Höhe, ich bin Mitte zur Höhe. Jo, ich. Habe ich. Nice. Nice Spill Dammit Ja Job Mitte Tower, Bot Tower Das ist ja Solo Tower Push Bot Line rein, dann können wir schnell Platings holen Komm, wo komm Ich hole ein Recoil Ich kann hier Plates holen Syndra muss auf jeden unbedingt farmen, sonst bist du Supporter hier Jo Hat die Kaiser geultet? Schicksal habe ich akzeptiert Ne, die hat der Ult cool dann auf Johnny Kill sagt noch Okay, hier habt ihr Plates holen Ich bin jetzt Gigafat, ich würde jetzt Tidling gerne spielen Auch als Bot Line gerne spielen, um den zweiten Harald? Ja, ich kann den Bot Line jetzt komplett abusen Ja, zweiter Harald ist noch 3, ne? Noch eine, noch eine Ich glaube ich sollte auch Solo shadowen einfach Ja, ja auf jeden Fall Ja, ich spiele das Solo Save Und, 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 und Solar kann nicht werden Wenn er nicht Hard Missplayt, kann er nicht sterben Ja, ich sterbe halt nur, wenn ich irgendwie von Galio geflashdownet werde Ich, ich, ich gehe da ab, go, go, go Nice Nice Ich bin tot, ich bin tot Ja, schön Ja, ich komm bitte Ich hab Ult in 10 Oh, ich mach mit, ich mach mit Ich hab Ult in 10, Solar Vielleicht können wir die töten Ja, 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 ja Ich hab keinen Flash, keinen Ult Ich weiß nicht, dass ich komme 3 Sekunden Ich geh für eine Flash-Ulti vielleicht Ja, Flash raus, Kaiser Ist fein, ist fein Hm, was mit Top-Torn fällt, ne? Wird wahrscheinlich Ich kann Top-Movem theoretisch Wir können gucken, ob wir danach fighten können Tadir könnte aus der Base ja nix mit Uid kommen Aber, Solar, ey Geh mal, geh mal, Bottle Ja, ja, ja Ja, ich zerberse den on Ede, kannst du für uns gleich Vision stellen kommen? Yes, yes Ich würde den Top-Torn scannen Oh, das ist Mist, der wird nochmal besetzt haben Ich würde kurz Red buff machen Ich hab keinen Pink diesmal, Gucci Oh Galio Top-Side Galio, Taliyah ist auch Top-Side Ne, Taliyah, 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 Taliyah Okay, okay, okay Kann hier für Vision gehen On Mist, wie gesagt Yes, go, go, go Ich hab mich, hab mich, hab mich 3 Sekunden Stun On kommt aus der Base, passt auf, passt auf Ich krieg überhaupt zu Red Ich hab mich, ich hab mich Ich bin noch raus On ist hier, On ist hier, On ist hier Irgendwo? Der war hinter uns, hä? Ich pushe, ich kann nicht movement Ich pushe, ich pushe Er war grad da, der ist einfach weggelaufen Ja, ja, push einfach weiter Eine Wave noch und dann gib Base Ich glaub, der On ist grad Base gegangen Äh, der Harald ist in 40 Wir sollten dafür dann gleich ein Reset nehmen Syndra, gib Bot Du hast CP ab, nimm dir eine Wave top und gib Bot Jojo, ich, ich reset nur hier Und Wayne sollte mit uns kommen Wayne ist super stark Wir können dann den Harald vielleicht fighten Ist gut, Sola? Ja Ich geh Reset nehmen, oder? Ich hab Rage-Bild in 1000 Ich bin wirklich in 10 fit Ich brauch wieder Strollen Ich hab meinen kleinen Int überwunden Du tagt jetzt einfach Sola, wenn er überlebt Gib mir nix, hab ich in jedem Team fast Ja Ich geh bot Äh, deckt aber bei Galio ein bisschen den Damage zu delayen beim Aftershock, ne? Ja Wir haben so viel grad drauf gebildert euch da alles rein, ne? Null Damage Hast du schon Gargoyles ready? Noch nicht ganz, ne Nach der Wave wahrscheinlich Galio hier unten noch Naja, ich taug noch 200 oder so Ja Und Klett ist Bot Hat der Klett Flash ab? Ja Ich hab noch keinen Flash, ne? Wenn die Talia ultet, da hab ich ein Problem Ja, jetzt kann ich für Gargoyles resetten Ja, geh mach schnell reseten, Gargoyles ist Imo Ich weiß nicht, ob ich den Klett hier unten halten sollte Unter dem Tor Wir können aber Harald nehmen Ja, ich geb den, den, äh, Töt auf Wobei der kommt nicht Klett ist Mist, der wird Moven, ich hab TP ab Ich kann hier grad nicht weiter pushen Klett ist da Ich nehm den Harald Ich bin fast 2W über Galio, what the fuck Na, ich bin auch 2W über 1 Ich hab ja gut Solo XP gegeben Der hat erst 500 Gold gemacht mit seinem Gold, er hat nämlich, ich hab's doppelt Is it safe? What the fuck ist das für ne Ulti, Alter? Äh, so So Komm mal, wir können fight Ja, 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 ja Kein, kein TP noch Ich flash euch auf die, ich flash euch auf die Ich kann, ich kann rein Einfach übernehmen, einfach übernehmen, oder? Ne, 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 ne Ne, ne, einfach warten Pullt zurück Nehm, nehmt den Wir müssen jetzt den Harald machen und dann Bot jemanden schicken, weil er kann es nicht Solo halten Ja, du, äh, ist noch Cannon Bin Wave, gegen nicht Cannon Bin Wave, ne? Ihr habt noch 20 Sekunden Zeit Drake aber auch in 10, ne? Sollten wir einfach Wollen wir direkt zum Breakout hier? Ja, ja, direkt danach und laufen Klett ist jetzt miss Ich geh hier pinken Ich hab Flasher ab, also wir können committen Ich hab Flasher in 10 Ich komm hier rüber Ich kann die Klett nicht first checken Okay, einer kann schon top Einer kann schon top, ich glaub nicht, dass wir hier alle brauchen Dann move ich wieder top Ja, wenn so oder wenn so oder Ne, 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 ne Du solltest fighten mit denen Ich solltest fighten, dass ihr top top Kann sein, dass Klett hier auch, oder? Ich hab jetzt wieder alles ab Mach die schnell, mach die schnell, mach die schnell Okay Die müssen noch eine Wave mit pushen Die haben noch keine Wave Der Klett ist da Der Klett ist da Ja, wir laufen dann raus, wir laufen dann raus Aber objektiv nehmen und raus Nice, Mitte Die gehen hoch, die gehen hoch Die gehen hoch Habild Mitte, Habild Mitte Habild Mitte, Habild Mitte Lauf Mitte, damit wir die Pressure haben WTF Die sind alle hoch, WTF Ja, einfach Abild Mitte Die gehen in wahrscheinlich dann Oh Ey Hallo Hallo Hallo, Spin weg Ja, was ist aber einfach mal da War das persönlich, oder? Also, was hast du mit dem gemacht? Eigentlich ja nichts War das irgendwie in der Solo Queue vielleicht bei Falsch beeilt? Off damage No Ja, aber was haben die alles gejust? Äh, Karnia Ult, Klett Ult Power under base, Power under base Ich stehe lane ward Wollen wir hier oben wischen, Kleiner? Die wollen uns flanken Ohne, wir können auf oune, wir können auf oune, auf oune Okay Keine Ult Oh, der ist dann mal versinkt Äh, drauf, drauf, drauf Also Ich bin hinter denen Ich bin hinter denen Ich bin hinter denen Ich werde Kaiser ulten Wo war? Wir können's verhalten Gut Drop keep out, klar Ich hab nichts mehr, ich hab nichts mehr Ich hab leider auch noch Falsch Kamin Ja, Jo, hab ich noch gestunt Was, nice Ja, den Falter hab ich scheiße gespürzt Hier ist die Kaisern, Kaisern? Ah, die will mich snipen, glaub ich Habt ihr? Keine Ult, kann dich glaub ich nicht einfach töten Kriegen wir auch noch Jo No fucking way Oh, sucks, ja Ja, ich hab's dir von her Ich hab's dir von her Ja, ich hab's Äh, Kletz ist bei der ja geflasht Da haben wir erstmal Ruhe Aufpassen, Alter Wie könnt ihr mich one-shotten hier? Ja, die kann alle one-shotten Das ist einfach, das ist einfach Basel Hä? Ich glaub die ist hier drin Aber ich werde nicht face checken Ich werde Broadway fullen Ja, ich hab die Falsch-Scheiß gespürt Ich muss einfach die Galio ult flashen Ich dachte, ich krieg nicht so viel damage Von my bed Ich hab nie Kaiser gedacht Ah, Talir ist geflasht auch? Ja Ich nehm Red Ge-Reset my way Da passt noch Ja Muss auch die eine way für pushen Wird wahrscheinlich auch nicht so früh Für den Orden ulten sein Wird kein Glanz mehr die Kaiser jetzt Ich kann theoretisch hart und gage auch Nächstes Mal warte ich einfach auf den Galio Und stun dir den Galio weg So Leute, das war nicht nur dein bad Ich dachte, ich dachte du hast Mit Range Ja, aber ich stand halt volle Kanne im Sun Und dann kann die Kaiser aus Ja Kaiser auf den Glanz Wollt euch Pinkwart Wie machen wir da? Ich hab halt keinen TP Ich kann halt Bot versuchen Ich glaub wir können einfach mit dir groupen Und die Fights gewinnen, right? Ich bin grad deutlich stärker als die Kaiser Ja, wir können einfach so in den Bot schicken Wir brauchen dich eh nicht Ich hab TP ab, ich geh bot Ich kann alles halten was nicht Clad heißt Ja, ja Ja, sobald Clad Bot ist Dann müssen wir halt bisschen schneller pressern Wir haben halt schnell einen Nash auch mit mir, ne? Ja, Ultra Der, 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 der hat kein Dings Ähm Keine Falsch Wollte rein? Ne, ne, warte Ne, ne, warte Ne, 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 ne Nehm den Bot hier Bot ist keiner Oh fuck, ich hab dich verkauft Das ist so bedeutet Gar nicht so gedacht, alter Ja, passt dir auch Wir kriegen Top-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour Mit der Wave-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-T Soll ich rein tp'n, weil Kled ist miss? Ich kann auch die Kled hat auslashen, die hat keinen Flash Die hat keinen Flash Ich hab keinen Flash, ne? Ihr müsst mir blocken, wenn Kled kommt, müsst ihr blocken Ein bisschen auseinander Ich hab die Games auf die Game auf Direkt Mitte oder was? Ich würd halt gerne reseten, ich hab 2.200 Die Kaiser darf das nicht pushen, ne? Ich hab Flash ab, ne? Ja Die ist hier komplett greedy, ne? Ja, lass einfach mitte rein Wir haben jetzt noch kein Reset gehabt, ne? Ihr könnt zu zweit mitte rein Ich geh nochmal Nee, mitte rein, mitte rein, mitte rein Die Kled können uns jetzt halt flanken Oh ja, hab sie Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, lass raus, lass raus Hier unten, hier unten Ich würde den Drake gerne nochmal resetten Einfach raus, einfach raus Ist er safe? Ne, sind wir nicht Muss irgendwo doch Kled sein Ne, er ist tot, er ist tot Könnt ihr einfach raus? Ne Alter Wir haben aber fast ein Loch, ey Der Cocoon, sorry mate Wir können den Drake aber trotzdem contesten, oder? Naja, wir können nicht contesten Die haben auch einen Ulti gerade used Ich hab wieder Flash und 60 Heal es ab Kostet ihr hier für Kreden? Ah, das klappt Hat dann wohl mehr Prio gehabt Wer den glaub ich mag, oder? Klettert mal holt, ne? Ich kann flanken Ich hab Vision hier Bin noch nicht da, ich bin noch nicht da Ich hab die Talia hier Ich hab die Talia, Talia ist da Kaiser ist low Klettert, ne? Ob ich das möchte Ich hab das Ich hab sie gesehen Spiel mal, Spiel mal, Spiel mal, Spiel mal Spiel mal, Spiel mal Ja, Spiel mal Ja, Spiel mal Ich hab dich... oh mein Gott, Alter War, Druck, kill Los, chase ihn Haia! Haha, schade Die Animation ist dann einfach zu lange. Ich solo einfach den... Einfach zu lange, mann. Ich hab jetzt Red Sand. Ich kann Bot pushen, ich kann Bot pushen. Geh du mit, der Solo. Noch 20 Sekunden. Ich glaub die Waffe catchen. Gleich den Reset nehmen, wir haben grad voll viel Gold bekommen. Und dann Mission holen. Ich überleg, QSS brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ey, Full Damage, Alter. Kleider ruhig. Du kannst hier höchste Stopwatch holen. Hol dir eine Stopwatch. Ich glaub überhaupt tatsächlich nichts. Aber ich glaub Stopwatch ist... Also, naja egal. Kannste machen. Ich dachte eben mal gecallt, dass Ordnung draus war. Das hat mich ein bisschen surprised, als er auf einmal da Torn kam, Alter. Ah, der hat noch so viel cooldown. Okay, wie machen wir jetzt Lane Assignment? Soll ich Bot gehen? Oder wir können einfach groupen, oder? Wir müssen halt nur midlane die Sidevision holen, wenn er mit der Klett und sich flankt. Dann kann uns eigentlich nichts passieren. Den Innert jetzt fokussieren. Wir müssen einfach nur ein bisschen Solar peelen. Ja eben. Aber wir brauchen halt, ne? Lass da einfach hier Chillic Vision holen. Also Klett und Galio holen, das ist schon relativ toxik. Ich komm hier. Können wir Mitte Innert ziehen einfach? Können wir nicht verlieren? Ja, wir können hier rein. Pass auf, bisschen Solar. Greif so schnell, Alter, ja. Wir rotieren bitte. Ja. Warte, das ist ein lustiger Pinkwort. Ja, hab ich mir auch grad gedacht. Können wir Top Wave noch ran wollen, jemand? Äh... Ich kann gehen. Ah, wir sollten einfach hier den Innit fassen. Ja, okay. Wenn wir engagen, lass Leona vorne stehen. Bleibt hier, bleibt hier. Zurück, zurück, zurück. Okay, nice. Einfach zurückkeiten, einfach zurückkeiten, einfach zurückkeiten, einfach zurückkeiten. Ich hab hier einen Kokon. Nevermind. Ja, die haben wir in Ordnung. Das haben wir was rausgegeben. Nash zwei Minuten. Innit, innit, innit. Ja, wir können hier. Okay, der nächste Kokon hittet. Der nächste Kokon hittet. Ja, ich bin gezögert. Mit dem nächsten Wave. Nice. Äh, top, top, top. Brauchen hier nichts dran. Ich hab die Kaiser. Wollen wir die Winter Wave noch rauspushen? Du kannst hier bleiben, ja. Die haben keine Ornn ulti. Die kann ich nicht mehr gegen. Wenn Kled kommt, bin ich da. Wenn Kled kommt, bin ich da. Wenn Kled kommt, bin ich da. Ich hab geintert, glaub ich. Hab was, hab was, hab was, hab was. Hab ich nicht, hab ich nicht. Hab ich nicht. Aber raus, einfach raus. Ist okay, wir können noch immer... Ich nehm Red Buff, ich nehm Red Buff. Ich kann irgendwie Blue. Die werden halt jetzt vielleicht mit Kled ult go machen. Ja. Die werden jetzt hart und geht schon irgendwo. Ich hoffe, das ist Lola. Egal, lauf einfach. Du hast noch Flash, ne? Ja. Hast du what? Ne. Er läuft einfach. Push einfach top, push einfach top. Er gibt ihnen einfach, Alter. Er gibt ihnen einfach, Junge. Ich hab beide. Nice. Da hat der Kopf wieder gewackelt. Junge, komplett. Das ist gespürt, Alter. Er hat mir das bisher nicht gespürt. Als er schon gesagt hat, hast du ein Wort? Er ist schon so ein... Nein. Das ist wirklich so, Alter. Das ist wirklich so, Alter. Junge Vayne ist halt der perfekte Champion für meine... Perfekter Peak auf jeden Fall. Richtig schön. Aber in der Mitte dann. Wird das Freescaling, ey. Ja, kein Ski just. Ja. Lass die dann danach rausgehen. Ja. Nash in 30. Dafür dann go. Ja. Ich hab halt Infinity Edge gleich noch. Soll ich Shred Buff und nochmal resetten oder soll ich mir einen Pot holen? Mach Pot. Ich hab halt Infinity Edge sonst gleich. Ja. Ich glaub nicht, dass er einen Unterschied macht. Na gut, dann nehm ich Pot. Aber jetzt wieder kein Flash. Oh. Ähm. Tim, bist du? 10 Sekunden auf Nash. Kann sein, dass die für ein Desperate Go gehen, ne? Also... Ja, die werden auf jeden Fall dafür gehen. Die können nichts anderes machen. Aber spielt langsam. Spiel langsam. Die müssen langsam spielen. Wenn ihr da 1 zu viert, da eine Rush, dann on Ulti. Fickt euch alle. Oh. Ich würde halt von hier oben spielen. Ich hab Flash-Up, um dann vielleicht für Kaiser-Klitz zu spielen. Ja, wir können einfach die Mitte auspushen. Und wenn die den machen, dann können wir... Ja, dann pushen wir mit nochmal. Oh. Oh. Oh shit, dude. Eieieieieiei. Oh, ihr braucht die Wischung. Er braucht die Wischung. Da sind die. Die sind schon mega low. Zieh'n durch, ne? Ich geh' auf Kaiser. Ich hol dir den Klett weg. Bad. Warte da. Ich hab die Kaiser hier immer noch. Ich hab's hier geflasht. TP dann in die Base. TP dann in die Base. Ja, GG. Ja. Der Rain-Pink war soo Geni-Sick, Kevin. Ja, richtig nice, oder? Der ist aber gut hier. Der Klett war auch richtig free gewesen. Du mein, Old Fight ist immer noch an. What the fuck? Ja, ja. Der ist halt so geil gegen Orn. Der kann halt nichts machen wirklich. Der kann halt wirklich nichts machen, ne? Der kann halt wirklich nichts machen, ne? Und auch in Team-Fights. Das ist so schwer für Orn irgendwas gegen die... Ich versteh' nicht wie mit, die das verloren hat, Alter. Ich glaub' ich hier gespielt Orn. Was, also... Was der da manchmal... Hey, hey, hey. Du sagst mir immer nicht... Nicht so gemein sein. What denn? Sag ja nur. Ja, das... Das wär halt so'n Orn, wenn du ihn spielen würdest. Auf einmal. So wie Tim gestern. Spiele Orn. Oh! Das wäre Tim... Der hab' ich überhaupt nicht geracht. So, weißt du? Da kommt der auf einmal um die Ecke. Ja, Orn ist doch einfach. Spiele auf Orn. Als ob du das jetzt nicht machst, so. Warum nicht? Ja, so. Ne, versteh' ich jetzt nicht. Fänd' ich jetzt gut hier. Ja, sorry, ne, wenn ich da nicht den Top-City mache. Der wird dann auch geschmeckt, du. Der war der Bot, den 30 zuerst erhält, und dann troll ich halt einfach Giga runter. Das war schön, du. Das war schön. Nein, Johnny hat... Das war so... Der TP-Tor hab' ich so. Okay. Ich weiß auch irgendwann, was ich mir da gedacht hab'. In dem Moment dachte ich mir, ach, das ist ein Atmos. Macht Sinn, macht Sinn. War schwierig. Ein bisschen Thalia, der Mensch unterschätzt. Oh, so schön. Ja, Sohle hintereinander irgendwie 14-2 und 12-1. Puh, da wird's schwer denn wieder auf dem Boden. Dieser Stun. Ey, ist wirklich so. Dieser Stun. Die hast du die überhaupt auch beide bekommen. Aber die Andres. Die Andres, ja. So, jetzt gegen Camper's Fate war richtig wichtig. Scorch und Leeds. Das war schön. Das war richtig wichtig, dass wir das Game jetzt gewinnen, ey. Da haben wir nämlich den direkten Tie-Raker schon gewonnen gegen die. Ja. Ja, aber die sind ja eh... Camper's Fate ist gut, ne? Ja. Haben wir besiegt im ersten Game. Aber war ne Zitter-Partie. Okay, mit Baron Steals, 50-50 Elders. Let's go. Ah, das war... Belastend. Ein Kommentar, der Kopf ist weg. Er ist abgefallen. Das tut. es ja, das war kann ja Hemma aus protagonischer.